Wichtig ist, heute schauen wir uns an, wie wir das Ganze bekommen. Ich habe natürlich auch einen Sensor, der negativ ausschlagen kann, abzüglich der Umwandlungsverluste. Gar nicht mal so schlecht, deshalb lohnt sich das hier mit diesen Doppelanzeigen. Den Anteil an Netzstrom, an erneuerbaren, wenn ihr Netzbezug habt. Da sind wir dann auf diesem CO2-Signal, gebt eure E-Mail-Adresse, dann bekommt ihr einen kostenlosen API-Key. Deshalb habe ich ein Workaround gemacht und zwar über, dann haben wir auch hier die Prozentanzeige von der Autobatterie. Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wieder einmal hat sich ein Zuschauer ein Video gewünscht und es gibt wieder ein Video für diesen Zuschauer. Das heißt, wenn ihr auch möchtet, dass es zu einer Funktionalität von Home Assistant ein Video gibt, dann packt es in die Kommentare, wer weiß, vielleicht gibt es dann irgendwann dazu auch ein Video. Und was hat sich denn dieser Zuschauer gewünscht? Er wollte, dass ich zeige, wie man die Powerflow-Card einrichtet. Wir machen es in dieser Folge mit der Powerflow-Card Plus, aber eigentlich sehr ähnlich zur Powerflow-Card, wobei ich natürlich zur Plus-Variante empfehle, weil ihr es dann viel besser nachbauen könnt. Und was kann diese Powerflow-Card Plus? Naja, sie zeigt an, was zur Zeit in eurem Haus, wenn ihr mit einem Balkonkraftwerk oder PV-Anlage Strom erzeugt, wie viel da erzeugt wird, wie viel ins Netz eingespeist wird, wie viel vom Netz ins Haus eingespeist wird. Und ihr könnt sogar noch zwei, ja, individuelle Verbraucher dazu noch einrichten und das direkt auf der Anzeige sehen. In meinem Fall eine Wärmpumpe und Elektroauto. So, jetzt denkt es der eine oder andere, hey, das gibt es doch schon beim Energy Dashboard. Richtig, das sieht auch dem sehr ähnlich aus, nur der Unterschied ist, das Energy Dashboard sammelt ja die Daten einmal die Stunde und weist es dann aus. Die Powerflow-Card Plus hat Echtzeitdaten. Das heißt, einmal drauf geschaut und ihr habt alles sofort im Blick und aktualisiert dann alle fünf Sekunden oder so. So, somit haben wir genug gequatscht, Leute. Ich würde sagen, wir gehen direkt rüber ins Video. Wenn ihr solchen Content nicht verpassen wollt, ihr wisst, was zu tun ist. Abonniert den Kanal, ansonsten filmen ab. Die meisten Zuschauer kennen bereits diese Anzeige, aber die habe ich schon seit mehreren Wochen nicht mehr benutzt. Das ist die Anzeige, die wir damals eingerichtet hatten beim Video, als ich die PV-Anlage hier ins Home Assistant reingeholt habe mit dem Kostalwechselrichter und dem Kostal Smart Energy Meter. Da kommen wir später noch dazu. Wichtig ist, heute schauen wir uns an, wie wir das Ganze bekommen. Und eins vorweg, wie wir den Anteil an Erneuerbaren am Netzstrom, wie ich meine PV-Anlage hier reingebracht habe, wie ich den Stromverbrauch meiner Wärmepumpe hier reingebracht habe ins Home Assistant, den Ladezustand und wie viel das Elektroauto derzeit lädt. Und obwohl ich gar keine Batterie habe, trotzdem hier eine Batterieanzeige reingebracht habe. Das erkläre ich alles in diesem Video Stück für Stück. Wichtig, um diese Karte überhaupt hier reinzubekommen, braucht ihr das HEX, Home Assistant Community Store. Wenn ihr es noch nicht habt, oben rechts, ich habe es für euch in der Vergangenheit aufgenommen. Schaut es euch kurz an, dann habt ihr es, dann könnt ihr hier weitermachen. Wir gehen auch direkt ins HEX, im HEX in den Bereich Frontend. Und dort könnt ihr schon sehen, ich habe die Powerflow Card Plus bereits installiert. Ich zeige euch, wie ihr das symbolisch installiert. Dazu drückt ihr hier auf das Plus, gebt dann hier einfach mal Powerflow ein. Es gibt auch diese alte Powerflow-Integration, spielt keine Rolle. Ich mache es einfach mal mit dieser hier. Dann drückt ihr hier auf Herunterladen, wartet bis ihr eine Version euch anzeigt. Nimmt die neueste, in der Regel nimmt ihr auch direkt die neueste. Drückt hier auf einmal Herunterladen. Und dann kommt dieses Pop-Up hier, drückt einmal auf Neuladen und geht dann zurück. Und dann habt ihr das auch schon. Hier in dem Fall diese Installation, die ich jetzt für euch gezeigt habe, damit ihr wisst, wie ihr das Ganze reinbekommt. Jetzt gehen wir mal hier in diese Entwicklung rein, in diese Powerflow Card Plus. Und da seht ihr schon, das sieht genauso aus, wie ich das hier eingerichtet habe. Er hat das hier mit seinem Elektrofahrrad gemacht, mit seinem Auto und mit einer Batterie. Wenn wir jetzt hier runtergehen, sehen wir derzeit, was so entwickelt wurde. Und ich wollte diese Entwicklung schon mit euch vorher machen, habe aber bewusst gewartet, weil der UI-Editor mittlerweile reingebracht wurde. Das macht es für euch sehr viel einfacher, das Ganze für euch einzurichten, denn ich zeige euch, wie ich das damals in Jamel eingerichtet habe. Naja, geht, aber macht nicht so viel Spaß. Wenn wir jetzt weiter runtergehen, erzählt ihr uns, wie ihr das installieren könnt. Das habe ich euch ja gezeigt. Es war ganz easy. Dann zeigt ihr uns hier, welche Option es gibt für die Karte. Das könnt ihr euch alles mal anschauen. Ich gehe für euch die spannendsten Sachen durch, damit es so aussieht wie bei mir. Nur, hier könnt ihr ganz genau sehen, was ihr bei den Karten einstellen könnt und hier, ob das ein String ist, Object oder Bulleen und so weiter. Und ja, damit seht ihr einfach, was hier alles möglich ist. Es ist sehr viel möglich. Also man kann da sich richtig austoben und ja, seht schon. Es gibt auch hier Beispielentwicklung. Ich werde meinen Code mit euch teilen. Dann könnt ihr es einfach Copy-Paste machen und gerade mit euren Sensoren austauschen. Oder ihr werdet sehen, über den UI-Editor ist das so einfach, das habt ihr in einer Minute gemacht. Damit wären wir hier durch und ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber zu der Übersicht. Der eine oder andere denkt sich, hey, das ist doch nur diese Übersicht vom Energiedashboard, was du hier einfach reinkopiert hast. Naja, nicht ganz, Leute. Das sind Momentanwerte. Seht ihr hier an der Anzeige Watt? Das heißt, das ist genau das, was jetzt aktuell verbraucht oder erzeugt wird. Ihr seht auch, das aktualisiert sich alle paar Sekunden. Im Energiedashboard, das sind Werte, die einmal in der Stunde, immer zur vollen Stunde aktualisiert werden. Deshalb, das ist nicht einfach ein Copy-Paste. Nur das Design von dieser Entwicklung hat sich an dem anderen Design im Energiedashboard bedient und daran orientiert. In der Baustelle angekommen, habe ich diese Karte aus der Übersicht mal euch kopiert, damit wir immer so eine Referenz haben und schauen können, wie habe ich das dort gemacht, wie bauen wir das dann auf. Damit wir nun diese Powerflow-Plus-Karte reinbekommen, gehen wir auf diese drei Punkte, dann auf Plus-Karte hinzufügen, gebe ich einfach mal Power ein und dann nehmt ihr hier diese Powerflow-Karte-Plus. Nun, bevor ich hier über diese UI-Dropdown-Menüs drüber gehe, möchte ich euch eins sagen. Ich habe extra mit dem Video gewartet, um diese Entwicklung abzuwarten, die die Entwickler vorhatten. Das hier mit Dropdown zu machen, wo man nur noch die Sensoren zuordnen muss. Ich habe das schon damals über YAML gemacht. Und dort hat man dann die ganzen Sachen hier zugeordnet. So, nur für euch zur Info. Aber das müsst ihr nicht machen. Deshalb machen wir das jetzt hier mit der Powerflow-Karte-Plus in der neuesten Entwicklung. Ganz oben könnt ihr nun Test eingeben. Das erscheint dann oben links. So weit, so gut. Jetzt gehen wir auf die einzelnen Bereiche zu. Wir haben hier Grid für Netz. Solar, hier oben Solar. Battery, hier unten Battery. Non-Fossil. Achtung, ich springe kurz. Ist das hier. Non-Fossil. Zeige ich euch auch, wie ihr das bekommt. Dann haben wir Home. Das ist der Bereich hier. Und einmal Individual 1 und Individual 2. Ich zeige euch, wie ich beim Individual 1 die Wärmpumpe angebunden habe. Und wie ich beim Individual 2 das Elektroauto bzw. den Ladestand vom Elektroauto und was er derzeit reinlädt. Also die Wallbox. Wie ich das reinbekommen habe. Dann habt ihr euch für euch Referenzen und könnt es dann bei euch zu Hause ganz easy nachbauen. Legen wir los. Schauen wir uns mal Grid an. Und dort sehen wir, gibt es die Möglichkeit Combined Grid Entity. Also ein Sensor, der sowohl positiv als auch negativ ausschlägt. Oder zwei separate. Einmal für den Verbrauch. Das wäre dann hier das blaue. Und einmal für die Produktion. Also das Einspeisen. Das wäre hier dieses Lilane. So, wartet kurz. Dann haben wir hier Einstellungsmöglichkeiten. Da kommen wir gleich dazu. Dann haben wir hier Solar. Ist bei mir schon was angebunden. Aber Achtung. Hier habe ich zwei Zahlen. Und für alle PV-Fans, die wissen nämlich, bei PV gibt es eigentlich in der Regel immer zwei Zahlen. Einmal die tatsächlich erzeugte Menge an DC-Strom und einmal die Umwandlung zu AC-Strom. Also der Strom, der dann tatsächlich aus der Steckdose nutzbar ist. Und ich habe hier beides angezeigt. Das ist eigentlich ziemlich cool, um zu sehen, wieso die Umwandlungsverluste sind. Und dann haben wir natürlich Battery und so weiter. Legen wir los. Dazu gehe ich jetzt zu den Einstellungen, weil ich zeige euch, woher ich bei mir Solar und Netz und so weiter herhole. Das hole ich hier bei den Einstellungen Geräte und Dienste vom Kostal-Wechselrichter. Und dazu habe ich auch ein Video gemacht über meinen Wechselrichter Kostal, wie man das in Home Assistant einbindet. Da zeige ich euch, wie das mit dem Energy-Dashboard auch funktioniert. Schaut es euch an, oben rechts. Legen wir los. Den Sensor für AC-Power, den haben wir schon mal hier. Wunderbar. Das ist aber der, wo die Verluste schon abgezogen sind. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Wir haben schon DC-1. Das ist nicht schlecht. Also String 1, String 2, String 3, DC. So, das ist gut. Aber das sind drei Sensoren. Das heißt, entweder müssten wir uns einen Helferlein dann holen und diese drei Sensoren zusammenzählen. Oder, wenn wir ein bisschen weiter runtergehen. Mein Wechselrichter hat nämlich ganz unten noch einen Sensor. Solar-Power. Also, vielen Dank Kostal, dass ihr daran gedacht habt, diese drei zu bündeln. Und das ist dann bei mir die tatsächliche Sonnenleistung. Wunderbar. Wo wir dabei sind. Wir haben hier noch weitere Werte, die werden wir gleich brauchen. Und zwar einmal später PV, die Battery. Also, so wie die Batterie geladen wird. Hier oben haben wir einen Home-Power-From-Battery. Also, was die Batterie dann abgibt. Werden wir auch gleich brauchen. Und wir haben hier einmal Home-Power. Das ist das, was das Haus verbraucht. Und dann haben wir hier einmal Power-From-Grid. Das ist das, was wir vom Netz uns ziehen. Zusätzlich, wenn die solare Leistung nicht ausreicht. Und das ist Power-From-Own. Das ist einfach nur unser eigener hergestellter Sonnenstrom. Der ist auch natürlich sehr ähnlich zu Power-From-PV. Wie ihr seht. Das sind jetzt ein paar Sensoren. Die habt ihr hier gesehen. Die gibt mir mein Wechselrichter raus. Und die fügen wir jetzt hier hinzu. Dazu gehen wir Grid. Und Achtung. Ich habe natürlich auch einen Sensor, der negativ ausschlagen kann. Und zwar Grid Power. Da sieht man sehr schön, wie der negativ ausschlägt. Den könnte ich auch benutzen. Und wie er dann hier positiv ausschlägt. So, ich benutze den aber nicht. Stattdessen benutze ich die anderen Sensoren, die ich euch gezeigt habe. Und zwar, wie gesagt, könnte ich den hier benutzen. Das mache ich jetzt nicht. Benutze stattdessen für die Produktion. Was wir ins Netz einspeisen. Das kann man alles im Kostal-Video sehen. Nehme ich die Netzeinspeisung bei mir. Leistung. Passt. Und für den Verbrauch nehme ich, ich nehme mal Grid ein. Das müsste Home Power from Grid. Ganz genau. Und dann haben wir das. Derzeit wird eingespeist und nichts vom Netz bezogen. Wunderbar. Jetzt hätten wir den Bereich Netz. Und dort können wir auch nochmal den Namen verändern. Ich zeige euch das mal kurz. Dann ändert sich das. Aber ich lasse das. Ihr könnt auch hier diesen Turm ändern. Dann habt ihr das. Aber das lasse ich auch. Finde ich schön. Ihr könnt hier mit den Farben rumspielen. Ihr könnt es auch dynamisch machen. Je nachdem, was gerade passiert. Derzeit wird hier eingespeist. Also Lila ist ja in der Oberhand. Also färbt sich das Lila, wenn ihr das wollt. Das gleiche geht natürlich auch mit dem Kreis hier. Also in dem Fall dynamisch, wenn ich das möchte. Und könnt ihr auch Toleranzen machen. Ich kann das natürlich auch nur die Farbe vom Verbrauch oder von der Einspeisung natürlich auch machen. Dann wäre das blau. Okay. Jetzt hätten wir tatsächlich das abgehakt. Es gibt aber noch neben den Colors hier, was ihr separat bestimmen könnt. Ich nehme die Standardfarben. Ihr könnt hier noch eine Sekundärinformation hinzufügen. Das ist, Achtung, so wie die Sekundärinformation hier. Ich würde sagen, bei den Sekundärinformationen, dort nehmen wir jetzt mal diesen Autarky, heute, wie wir sind. Ich habe den hier mal rausgesucht. Autarky Day. Und den kopieren wir mal hier rein. Dann machen wir hier noch ein Prozent. Und als Symbol vielleicht Recycling-Symbol oder so. Zack. Und dann sehen wir, okay, heute sind wir zu 55 Prozent autark. Das wäre die Sekundärinformation, das ihr hier reinpacken könntet. Gar nicht mal so schlecht. Damit sind wir mit dem Netzbereich durch. Den klappe ich mal zu. Kommen wir zum Bereich Solar. Und der ist eigentlich sogar ein bisschen einfacher. Wir brauchen einmal die Solarleistung. Die hat ja bei mir direkt gezogen. So weit, so gut. Kann auch hier den Namen ändern. Das lassen wir Symbol ändern. Kann es auch hier einfärben. Mache ich auch. Finde ich schön. Und kann auch aber natürlich andere Farben nehmen, wenn ich möchte. Das soll ich überlassen. So, und bei Sekundärinformationen nehmen wir jetzt die Solar Power. Beziehungsweise hier müssen wir den anderen nehmen, fällt mir gerade ein. Und zwar AC Power. Dann haben wir nämlich hier, was tatsächlich Solar geleistet wird. Und tatsächlich was an AC dann abgegeben wird. Also abzüglich der Umwandlungsverluste. Gar nicht mal so schlecht. Deshalb lohnt sich das hier mit diesen Doppelanzeigen. Somit hätten wir auch das, können dann hier nochmal ein paar, die Einstellungen und so weiter, nochmal ein bisschen Whitespace zwischen den Werten hinzufügen. Wenn Display Zero bedeutet, wenn er mal nichts produziert, ob es dann ausgeblendet wird, das sehen wir gleich hier bei der Batterie. Somit wären wir auch bei Solar fertig. Und wunderbar, jetzt gehen wir weiter zur Batterie. Ich habe ja keine Batterie, wie ihr wisst, aber mein Wechselrichter, der ist so cool, dass er mir trotzdem Nullwerte für die Batterie ausgibt, obwohl ich keine habe. Dankeschön, Kostal. Also einmal PV to Battery und einmal Battery to Home. Das schauen wir uns mal hier an. Natürlich gibt es hier auch die Möglichkeit mit dem Positiv-Negativ für die Batterie. So, jetzt ist es weg. Oder eins für die Produktion und eins für den Verbrauch. In dem Fall, ich weiß gar nicht, ob ich das habe beim Kostal, aber deshalb nehmen wir das. Bei Verbrauch nehmen wir Home Power from Battery und bei der Produktion nehmen wir PV to Battery. Wunderbar, jetzt haben wir auch diese beiden. Und das gleiche Spiel oben mit den Farben und Symbolen könnt ihr genauso hier machen und auch Custom Colors. So viel zur Batterie, das hätten wir auch abgeschlossen. Kommen wir, bevor wir ins Haus gehen, zu dem Bereich mit dem Anteil an Netzstrom, an Erneuerbaren, wenn ihr Netzbezug habt. Dazu gehen wir zu den Einstellungen, gehen zu Geräte und Dienste und da gibt es hier dieses CO2-Signal. Übrigens, das findet ihr auch hier beim Energy-Dashboard. Dort, wenn ihr zu den Einstellungen geht, Dashboards und dort wird auch schon darauf hingewiesen. Da könnt ihr das dann auch reinpacken. Bringen wir zurück. Also ihr braucht hier dieses CO2-Signal als Integration. Das machen wir hier mal. CO2. Und er sagt dann, besuche CO2-Signal.com ein Token anzufordern. Da geht ihr hin. Da sind wir dann auf diesem CO2-Signal. Gebt eure E-Mail-Adresse. Dann bekommt ihr einen kostenlosen API-Key. Und wenn ihr den dann habt, den gebt ihr dann hier ein. Und dann ist es hier eingerichtet. Jetzt habe ich eins für DE und eins für meinen Ort gemacht. Also ihr könnt da unterschiedliche Sachen nehmen. Aber bei mir ist es mehr oder weniger gleich. Dann sehe ich hier den Anteil an fossilen Brennstoffen am Netz. Zurzeit 22,72 Grad. Und das oder beziehungsweise hier mit Kilowattstunden. Das geht auch. Und das kann ich im Energy-Dashboard hier einbinden. Oder hier bei den Erneuerbaren. Und wir schauen mal, wie ich das hier bei mir gemacht hatte. Und da kann man sehen, CO2-Signalanteil fossiler Brennstoff im Netz. Das wäre dann hier dieser Sensor. Wunderbar. Da habt ihr das nochmal. Dadurch, dass ich das zweimal eingerichtet habe, bekomme ich da hier doppelte Sachen. Und jetzt sieht man das natürlich nicht. Deshalb muss ich hier Display Zero aktivieren. Und dann sieht man das. Ich möchte, dass man, auch wenn dort derzeit nichts vom Netz bezogen wird, dass man es trotzdem sieht. Ich zeige euch das mal, indem ich jetzt mein Elektroauto hochfahre. Dann müsste dieser Sensor jetzt auch gleich ausschlagen, weil meine PV-Produktion hier nicht ausreicht. Wir warten mal kurz. Genau, da ist es. Und wenn ich jetzt Display Zero mache, natürlich, man sieht es jetzt immer noch. Achtung. Jetzt stoppe ich mal hier oder verringere mal die Leistung des Elektroautos. Dann müsste das gleich wieder weggehen, weil ja aus dem Netz nichts mehr bezogen wird, weil ich das derzeit selber quasi tragen könnte. Zack, ist es weg. Zack, wunderbar. So sieht das aus. Passt. Das Ganze könnt ihr dann auch nochmal hier verändern. Könnt dann hier nochmal auch einen anderen Namen geben. Wie ihr möchtet, das Ganze kennt hier. Zero State und so weiter. Könnt ihr euch da richtig austoben. Und ihr könnt natürlich eine Sekundärinformation hier hinzufügen. Also mir fällt jetzt spontan nichts ein, was ich hier noch als Sekundärinformation angezeigt haben möchte. Damit wären wir auch durch. Kommen wir nun zum Bereich Home, Individual 1 und Individual 2. Das sieht ja hier bei mir wie folgt aus. Hier der Hausverbrauch momentan. Der wird aufgeteilt. Ein wenig von der Wärmpumpe, die ist derzeit im Sommermodus. Und ein großer Teil vom Elektroauto. Und das dazwischen sind halt Kühlschrank, Gefrierschrank, bla bla bla. Das ich derzeit so hier jetzt natürlich nicht darstellen kann. Das wären dann ganz viele Bubbles. Deshalb habe ich einfach die zwei größten Verbraucher hier gemacht. Bei uns auf der Karte müssen wir im Bereich Home eigentlich nichts eingeben, weil er rechnet sich das selber aus. Denn er weiß hier vom Bereich Solar mit AC-Power und vom Bereich Grid, was hier derzeit passiert am Haus. Und dementsprechend stellt er sich dann seinen Wert zusammen. Nichtsdestotrotz könntet ihr hier aber auch nochmal einen Wert einstellen. Nur, dass ihr seht, dass ich euch hier keine Märchen erzähle. Bei meinem eigenen Dashboard habe ich hier auch keine Entität eingetragen. Aber es gibt eine. Das wäre in meinem Fall Homepower. Und wenn ich das mache, ihr seht, die Zahl verändert sich nicht. Ich kann dann hier auch nochmal mit den Sekundärinformationen noch eine weitere Entität hinzufügen. Also, das ist euch überlassen. Ich kann hier mit den Werten spielen. Ihr kennt das Spiel. So, kommen wir nun zum Bereich Individual 1 und Individual 2. Und da springe ich nochmal kurz zu meinem. Ich habe hier einmal die Wärmpumpe als größten Abnehmer hier im Haus von Strom. Und dazu, wie ihr den Strom eurer Wärmpumpe auslesen könnt oder erfassen könnt, habe ich ein Video gemacht. Oben rechts, schaut es euch an, dann habt ihr das auch. Und hier unten habe ich das vom Elektroauto. Und beim Elektroauto, wie ich diesen Wert bekomme, entweder bekommt ihr das über eure Wallbox. Mein Kostal-Enektor bietet das noch nicht für Home Assistant an. Deshalb habe ich ein Workaround gemacht und zwar über die Mercedes-Me-App. Die ist hier. Und da kann ich das Ganze erfassen. Und dazu habe ich auch ein Video gemacht über diese ganze Geschichte, wie ihr euer Auto ins Home Assistant bekommt. Oben rechts, dann habt ihr das auch. Also legen wir los. Kommen wir zu Individual 1. Kommen wir zur Wärmepumpe. Und dort haben wir einmal Leistung total, was wir von dem Video haben. Das Bild passt jetzt nicht ganz, deshalb nehme ich hier was anderes. Geben mal Heat ein. So, dann haben wir auch hier unser Symbol. Können auch nochmal hier mit den Farben spielen. In dem Fall, ich habe eine andere Farbe gehabt. Der hat jetzt hier so ein Gelb-Grün genommen. Bis zu euch überlassen kann man hier ganz easy ändern mit den Farben. Nehmen wir unser schönes Rosa. Zack. Nice. Und könnt dann hier auch mit den ganzen Sachen spielen. Die Animation verändern und so weiter. Und jetzt kommen wir zu Individual 2. Somit hätten wir auch hier das Elektroauto mit dem Symbol. Das passt jetzt nicht so ganz. Hier können wir ganz einfach uns ein schönes Symbol raussuchen. Hier Elektroauto oder Auto hier mit Blitz. Wunderbar. Und können dann hier nochmal mit dem Symbol bzw. mit dem Text hier dann nochmal das einheitlich machen. Und auch Wärmepumpe wird hier ein bisschen abgeschnitten. Machen wir als Name WP. Dann weiß jeder Bescheid. Und wir haben jetzt hier zwar die Ladeleistung. Ja, das habe ich hier von Mercedes me. Aber was ich halt auch noch spannend finde, direkt zu wissen, wie ist eigentlich zur Zeit der State of Charge. Und den nehmen wir uns hier auch. Kopieren uns den einmal hier raus. Gehen hier bei Secondary Info. Packen den hier mit rein. Dann haben wir auch hier die Prozentanzeige von der Autobatterie. Die aktuelle Ladeleistung. Passt. Und ich lasse jetzt mit den Farben so. Und somit hätten wir diese Anzeige hier erfolgreich nachgebaut. Und wenn wir dann hier auf Speichern drücken. So, dann können wir sehen, das ist relativ gleich. Die Symbole sind zwar leicht vertauscht. Aber die Werte, alles das passt. Der einzige Unterschied ist, bei unserem jetzt gebauten haben wir es in KW und hier in Watt. Und das ist etwas, das können wir uns auch noch mal kurz anschauen. Das habe ich so über den UI-Editor nicht geschafft. Deshalb zeige ich euch kurz meinen Code. Den teile ich auch mit euch. Das habe ich hier so gemacht. Über YAML. Könnt ihr gerade bei euch reinkopieren. Ganz ans Ende. Dann habt ihr das auch in Watt. Ansonsten lasst das einfach. Könnt ihr das so lassen. Dann macht ihr das einfach automatisch hier mit 15 Watt. Hier mit 2,4 kW. Hier wieder mit Watt. Und was ihr auf jeden Fall auch noch wissen solltet, ist hier mit dem Max Flow Rate. Und mit der Min Flow Rate könnt ihr hier natürlich die Sachen beeinflussen. Ich mache mal hier eine 10, 5, zack. Jetzt hat man gesehen, wie das Ganze viel langsamer wurde. Wenn ich jetzt wieder auf 1 mache, dann sehen wir, ist das wiederum schneller. Und hier könnt ihr mit den Watt-Dezimals und KW-Dezimals hier, wenn ihr bei KW weitere Dezimal haben möchtet, dann könnt ihr das hier beeinflussen. Und hier auch bei den Watt, wenn ihr das so möchtet, dann macht ihr das auch. Hier könnt ihr das jetzt gut sehen. Oder gar keine. So. So viel dazu. Clickable Entities. Wenn ihr drauf drückt, dass ihr dann zu den jeweiligen Sensoren abspringt, das ist natürlich auch ziemlich cool. Dann sieht man, okay, das ist dieser Sensor. Schön und nice. Damit, liebe Zuschauerschaft, werden wir durch. Wenn ihr Fragen dazu habt, packt es mir in die Kommentare, dann tauschen wir uns aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir gehen rüber ins Auto und hören uns mal das Fazit an. Ja, da sind wir auch schon wieder beim Auto angelangt. Kommen wir zum Fazit der Power Flow Card Plus. Und ob sich das überhaupt lohnt, das Ganze reinzumachen. Also ich persönlich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich sage euch auch sehr gute Argumente dafür. Zum einen, die Übersicht ist wirklich sehr schön. Das heißt, es ist was fürs Auge. Ihr wisst, das Auge ist mit. Ihr wisst auch, wie ich das am Anfang hatte. Das hat auch funktioniert. Meine Frau und ich, wir kamen sehr gut klar damit und haben gewusst, okay, jetzt haben wir genug Strom oder jetzt haben wir nicht genug Strom. Das ist gut. Aber mit der Power Flow Card sieht es einfach noch besser aus. Und wo wir beim noch besser aussehen sind. Viele von euch haben ja ihr Home Assistant auf einem Tablet. Und da macht es dann echt was fürs Auge her, wenn zum Beispiel Freunde da sind, Verwandte, Besuch. Dann zu sagen, ah, schau mal, so sieht meine Erzeugung aus auf dem Tablet. Richtig nice. Das macht dann schon was her. Und dann, naja, hat man auch ein bisschen was zu zeigen und zu quatschen. Und dann hat man auf jeden Fall ein oder zwei Themen mehr für den Abend. Deshalb denke ich, das lohnt sich auf jeden Fall. Zumal es auch mittlerweile mit dem UI-Editor sehr einfach einzurichten ist. Nicht so wie bei mir, wo ich viele Sachen einfach nur über Jammel machen musste. Auch wenn das kein Hexenwerk ist. Aber über einen UI-Editor ist es einfach viel angenehmer. Damit wären wir durch. Leute, wenn dieses Video euch geholfen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Ein Like, Ehrensache. Und wie jemand anderes sich diese Power Flow Card Plus anschauen sollte, dann teilt es doch einfach gerne mit ihm. Und wenn ihr Fragen habt oder euch mit mir austauschen wollt, packt eure Kommentare nach unten. Ich antworte immer. Ansonsten, ich bedanke mich fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.